Aber niemals nehmen Sie uns, unsere Freiheit! Der Valentine, wenn ich Stufe 3 fahre, dann den Valentine, absolut geiler Panzer, ich hoffe, dir hat der Clip gefallen, wenn ja, dann lass mir gerne ein Däumchen da, einen Kommentar oder ein Abo, ansonsten sehen wir uns vielleicht in meinen Livestreams auf Twitch, Mittwoch, Freitag, Sonntag um 20 Uhr, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis bald. Bis zum nächsten Mal.